So, hallo. Achso, äh, bleh, klar. Äh, letten den Entwickler. Äh, sack, sag, ich glaube, hier genug oder zu viele, glaube ich, Backend-Modul, Schnittstellen-Modul. Oh, jetzt zu vieler? Ja. Mist. Weil ich ja nicht jetzt Forscher brauche. Brauchen wir sie. Ja. Den einen Mitarbeiter, den brauche ich nicht. Mach mal den. Zack. Du auch. Ich lasse fünf Mitarbeiter. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. So. 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 ja wir haben 110 kult sicher ja da will man die vorteile heraus klar versichern kostet mir was so er steigt die produktivität aussehen läuft 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1, 2, 3, 4, 5. Oh, falsch rum. Ja. Jetzt sollte ich hoffentlich genug produzieren pro Stunde. Oder pro Tag. Wer macht denn die Firewall, du? Du bist relativ langsam. Mach du mal bitte die Firewall. Na ja, kein Wunder. Sollen wir mal in die Schule umgehen. Ich kann dann dreifach so viele Nutzer noch raufkriegen auf der Webseite. Na ja. 73 Forschungspunkte. Na ja, das ist ja das, was er noch machen möchte, ist dann. Da 500. Ah. Fallen von da. Na nicht das. Da. Da. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie geht es eigentlich den Servern? Relativ gut. Relativ gut. Dann fügen wir hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Fügen wir hier nochmal den Cache-Server hinzu. Den mal konfigurieren. Und 140 Hochtakten. 125 ist der. Okay. Wir haben da gerade ein kleines Problem. Läuft noch alles gut? Ja. Ohne Probleme. Ich tue hier aber mal ein bisschen aufräumen. Perfekt. Brauchen wir uns ja eh nicht. Noch nicht die Leistung. Aber hey. Wir sehen. Die Leistung ist trotzdem perfekt. Das ist perfekt. Das kann man ja nicht haben. Ja. Jetzt ist wieder alles grün. Perfekt. 25. Dann ist es auch noch voll. Also bis 40 geht es ja stehen. Stehen. Das ist ja fast vergessen. Naja. Wir sind schon bei 238. Das ist sehr gut. Das geht ja mal richtig schnell. Heißt. Wenn das so ausschaut. Dann können wir ja hier um. 1, 2, 3. 4, 5. Wollen wir noch einmal? Wollen wir noch einmal? Den Sprechenmodul. Das dauert. Trotzdem gut. Trotzdem gut. Trotzdem gut. Features wollte ich natürlich auch noch neue haben dann. Aber ich frage mich. Soll ich die ersetzen? Ich weiß es nicht. Soll ich sie ersetzen? Ich weiß es nicht. So. Wir müssen mal hier auch schauen. Mal haben wir die 500. Kann sie nur umstunden haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist alles. es dauert bis man 500 hat aber ja gut das ist normal wenn man mal wegen der mitarbeiter zufrieden hat 30 prozent ja gehen urlaub 49 prozent urlaub urlaub alles okay so 19 tage was ja sehr gut ist habe ich sie vergessen die hardware bitte danke jetzt noch mehr kann er noch eine webseite machen meine markt parallel parallel um vielleicht eventuell einen zusätzlichen zu umsatz zu machen aber ich bleibe mein bett der webseite habe gleich die 500 das heißt ich brauche neuen darlehen was ist das ich brauche magter 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 sag du kommst dahin und die stelle aber mal dahin auch okay ähm da hin glückwunschte einen neuen darlen ah ja weiß ja nicht weiß ja nicht ob ich da wirklich so froh darüber bin wie kann ich einstellen 1 2 3 4 5 6 6 6 leute könnte könnte ich theoretisch einstellen wenn ich mag einmal ja gut 500 erst produktion marketing für marketing statt der alle anfänger kompetenten für marketing frei juhu bestätigen marketing marketing zweimal wollen ja nicht für sachen um textanzeige zu machen brauche ich werbe text und textformat werbe text text format auf